Was treibt Garmin zum Triathlon in die Berge? Ich denke, meine Vorredner, wie gerade der Jan Frodeno und auch die Frau Wisser haben ja schon gesagt, was es für eine tolle Veranstaltung ist. Also der Alpentriathlon ist, glaube ich, jetzt dieses Jahr zum 23. Mal zur Austragung gekommen und hat einfach ein Flair, eine Mystik, die, glaube ich, in der deutschen Triathlonszene lange suchen muss. Und als vor einiger Zeit der Andi Fischer auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja, es gibt leider keinen Sponsor, keinen Hauptsponsor mehr, da haben wir erstmal ein bisschen lange überlegt, aber dann doch sehr schnell zugesagt. Denn dieser Dreikampf aus Schwimmen, Radeln, Laufen in der freien Natur passt ja eigentlich auch ganz gut zu unserer Produktpalette. und dann noch die Kombination in den Bergen, den Alpentriathlon, da passt es noch besser zu uns. Also Sie bauen Navigationsgeräte. Im Zweifel hilft es mir, den Start zu finden und von da wieder ins Ziel. Nicht nur im Zweifel, sondern definitiv. Sowohl im Start wie auf der Strecke, alles mit GPS-Unterstützung. Da kann man einfach im Wettkampf noch ein bisschen mehr Spaß haben. Speziell für den Garmin Alpentriathlon haben Sie jetzt Ihr eigenes Team gegründet und an den Start gebracht. Garmin & Friends, was hat es damit auf sich? Und seit ein paar Jahren hat sich unsere Produktpalette auch in den Sportbereich weiter ausgestattet und geweitet. Und da war es für uns einfach die logische Konsequenz, auch uns in dem Sportbereich zu zeigen. Das kann man machen, indem man einfach sponsert bei verschiedenen Veranstaltungen. Aber wir fanden es viel authentischer, wenn wir auch dort mit einem eigenen Team dabei sind. Wir haben auf internationaler Ebene ein Radsportteam, Team Garmin Transitions, das bei der Tour de France etc. mitfährt. Aber wir wollten auch für die jeder Männer was bieten und haben einfach, als wir uns entschlossen hatten, bei dem Garmin Alpentriathlon mitzumachen, gleich auch konzipiert, dass wir dort mit einer Mannschaft an den Start gehen. Das Team heißt Team Garmin & Friends. Sie selber sind am Samstag am Start? Ich habe mich bei den ersten Gesprächen dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, wenn wir dort Titelsponsor sind, dann bin ich auch am Start. Aus dieser Masche bin ich nicht mehr rausgekommen. Viel wichtiger ist aber, dass wir insgesamt rund 24 Athleten in unserem Team Garmin & Friends haben. Alles Hobbyathleten, darunter elf Mitarbeiter unserer Firma. Bei 92 Mitarbeitern insgesamt, das ist eigentlich eine ganz nette Prozentzahl. Weitere fünf Athleten, die wir über eine Verlosung zu einem Startplatz kommen haben lassen und die wir im Laufe der Saison vorbereitet haben mit verschiedenen Trainingstreffen. Und dann eben auch noch eine ganze Anzahl von Friends, die eben aus befreundeten Unternehmen etc. Ja, viel Spaß am Samstag und viel Erfolg. Danke.